Wenn man schon so schlau ist, dann sollte man vielleicht das Make-up verstecken, was ich mir in meine asoziale Drecksfresse kleistere. Und nicht vielleicht die Bodylotion und die Haarmaske. Ja, aber warum regst du dich schon jetzt auf? Weil ich jetzt meine Bodylotion brauche. Jetzt, jetzt! Ich krieg Feuchtigkeitsfalten. Ich merk schon, wie meine Haut juckt.